Also, ich kaufe mir erstmal einen neuen Wagen. Elias, wo bist du denn? Bin ich alleine im Korf? Elias, bist du noch da? Der sagt einfach nichts mehr. Okay, ich kann damit nicht interagieren. Okay, ich habe eine Taschenlampe. Hört's da nicht, was der Elias macht? Oh, oh. 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 Vielen Dank. Der Elias hat mich alleine gelassen. Wo ist die? Ich nehme die mit, falls er auch eine haben will. Hallo? Ich glaube, alles gut ist. Das ist halt widerlich, ne? Da. Du hast es geschafft. Wo bist du? Wo warst du? Wo warst du? Du warst plötzlich weg. Nein. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe sogar zwei Taschenlampen. Hier ist ein Lamborghini. Ja, ich bin da. Ist der dieser Boss? Ich habe ein Lambo gefunden. Damit fahre ich jetzt hier raus. Weißt du in den Coat? Nein. Geh mal in die Türen. Da sind Taschenlampen. Ansonsten, komm mal hierher. Ganz hinten durch. Da ist eine rote Tür. Da bin ich hinter. Ich habe eine zweite Taschenlampe, die ich dir abgeben kann. Und ich habe Mandelmilch. Was ist da? Du musst ganz weit nach hinten durchgehen. Warte mal. Kannst du das sehen? Hier. Hier. Hier hinter. Ach, hier auch. Mit F. Hier, ich lasse dir eine Taschenlampe fallen. Warte. Ich habe hier eine. Warte, ich lasse sie dir fallen. So. Hier müsste sie jetzt liegen. Ja. Danke. Da hinten ist mein neues Auto. Der rote hier. Den fahre ich jetzt. Ist egal, ich fahre das einfach. Oh, ich glaube, wir dürfen nicht durch die Pfützen laufen. Dann hört uns bestimmt was. Oh, versteck dich. Warum? Versteck dich. Ist da jemand? Sir, hier ist geschlossene Gesellschaft. Hallo? Hallo? Ich glaube, das ist sowas wie eine Ressourcenkammer hier. Hier kann man die ganzen Sachen aufsammeln. Kann man hier sterben? Stimmt. Hier ist locker irgendwas. Hier sind überall Mandelwasser. Ich nehme das erstmal mit. Ich brauche das. Ich frage mich, ob die die Türen hören. Ich sehe nichts. Kann ich zurück? Er ist zurück. Drück. Hä? Hä? Ich geh hier wieder rein. Ich glaube ich habe das Spiel gerade ausgetrickst. Ich glaube ich habe es tatsächlich bis zum Ende. Warum? Alex, ich habe das Spiel ausgetrickst. Was hast du gemacht? Man musste hier so beide ziehen, aber ich bin einfach die Wand lang gegangen. Ich habe es geschafft. Okay. Jetzt ist hier eine rote offene Tür. Geh rein. Ach nee Alex. Dann ist das Monster vielleicht ja bei dir und nicht bei mir. Dann bin ich runter gesprungen. Ich sehe dich, du bist da hinten. Nein. Ich bin da hinten. 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 Da ist doch etwas blaus. Alles Licht. Ich habe die Pfeile wieder gefunden. Ich hab das auch gefunden. Runde Pfeile. Ich auch vorhin. Dann geh ich mal rein, ne? Ja geh rein. Okay, wenn einer von uns geht, dann... Cool, noch mehr Mandelwasser. Ja, ich bin doch schon ins Büro reingegangen. Ich bin immer in den Büros. Ich sammle die ganze Zeit das Mandelwasser, was hier drin steht. Weiß ich nicht. Ich nehm's einfach mit. Joa, okay. Ich glaub, hier können wir nicht sterben, oder? Ich hab eine Schlappe. Ich hab eine Schlappe. Aber jetzt haben wir so eine kleine Nacht, denke ich, ich dachte, dass du einfach geschafft hast. Gut, oder? Wir finden das einfach nicht wieder, nee. Jetzt muss ich machen. Das ist ein Rätsel. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich hab gerade was eingegeben. Ich guck gerade mal. Nein, ich lass gucken. Warte kurz, ich google gerade. 1, 8, 7. 4, 1, 8, 7. 1, 8, 9, 9, 10. Bei, hier ist ein Zettel, du darfst nicht jedem vertrauen. Aha. Also, mir kannst du vertrauen? Wenn du mich mal siehst, dann musst du nicht sagen, dass ich der echte Mütter schaue, ob das nicht versteht. Check everyone and they don't trust them. Und dann ist doch so, dass die Mütter schaue. Okay. Okay, was muss ich machen? Warte, ich guck mir mal kurz an, wie das geht. Das ist einfach so, dass ich, die Mütter schaue. Jetzt aber auch direkt. Warte, lieber an das und feste. Dann musst du es rein. Die Mütter schaue. die autos ich war im richtigen raum wir brauchen die autos elias gehen wir in den raum mit den autos bitte ja vier autos stehen da drin welche farbe also stehen ja drei autos auf der einen seite und ja war richtig wir gehen zusammen wir gehen zusammen rein ich warte auf dich und jetzt drück mal auf den knopf ich würde so sterben mann die wasser auf dein verstand hier zu stellen kann ich das trinken ja das musst du doch nicht machen ich gehe dann bestimmt bestimmt dabei die vor alter zwei mann in Richtung ich habe Schlüssel ich kann nicht machen was er trinken ich bin da kam jemand der sah aus wie du auf mich zugelaufen dann kam der auf mich zu und ist monster geworden und hat mich getötet gott gott don't trust everyone don't trust anyone der sah aus wie du ach du schau gott oh ich bin gestorben oh gott alter ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ja das war der jumpscare des todes ich schwöre es dir ich habe mich so gewundert wie du auf die andere seite kommst und plötzlich oh gott der ja der rennt auf uns lauf ne ich habe mich einmal jetzt in den schlager geschossen er sagt hello entschuldigen mich richtig oh mein gott ey wieso kannst du die ecke sehen guck doch wo mein zimmer ist ne ich kann nicht um die ecke sehen du kannst aber doch auf deine maus fliegen ja kann ich nicht obwohl doch ein bisschen warte 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 ne hier ist er nicht das seh ich nicht er ruft auf dir oh gott alter ist das schlimm ey was hast du gerade gemacht ich habe gar nichts gemacht er kommt da hinten ist er oh gott er geht da er ist noch da hinten alles gut er hat dich glaube ich noch nicht gesehen ne er geht nach da hinten er hat dich nicht gesehen er macht aber scheinbar auch türen auf er ist gerade zu anderen türen gegangen bist du deppert ist das spiel gruselig alter ich sehe ihn gerade nicht er ist nicht vorm fenster ich guck grad ans fenster ich sehe ihn da nicht da ist er nicht ich weiß gerade aber auch nicht wo er ist ich weiß gerade aber auch nicht wo er ist da ist er hinter dir er kommt lauf weil ich es noch nicht ich bin er ist irgendetwas wie haben wir das ist spiel aber es steht Ach du Scheiße. Ich will das nicht mehr spielen. Ich scheiß mich schon beim Zuggucken hier ein. Aber er kann eine Tür doch machen und sagt, es ist doch, aber... Ich weiß es nicht. Er ist nur zur Tür gegangen. Vielleicht bleibt er auch davor stehen. Ich weiß es nicht. Oder er guckt einfach random in irgendwelche Räume wie bei Outlast, die Leute. Ja, das muss ich auch nicht sehen. Also bei Outlast kann man dann... Ich gucke mich wieder um. Sag dir, wenn ich ihn sehe. Gerade sehe ich ihn nicht. Ach, richtig gruselig. Ich versuche das. Ich sehe... Da hinten kommt er! Nein! Er ist aber nicht so schnell, glaube ich. Er ist langsamer geworden. Er ist voll langsam geworden. F***! Er ist voll langsam gewesen. Und er hat sich nicht mehr komplett verwandelt. Er sah jetzt aus wie ein Monster. Ich sehe ihn nicht. Da ist er! Er kommt! Ah ne, er geht. Okay, er geht. Ich dachte, er kam. Da ist meine Leiche. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Ne? Das war es nicht du. Vertraue niemandem. Nein. Hau nicht hin. Ich habe dir halt nicht zugehört. Nein! Er hat siehst den Kopf davon. Pass auf, er ist da irgendwo. Okay, ne, da ist er. Ich sehe ihn, nicht? Nö, er ist nicht in Sicht. Alter, das ist gruselig. Das Spiel ist richtig gruselig. Das ist gruseliger als das andere. Weil beim anderen kennt man das irgendwann. Trink mal ein Mandelwasser. Ich weiß aber nicht wie. Kann ich mir das kurz... Hab ich dir auch gesagt, so ne? Wie denn? Du rückst die, dann tust du, was auf dein Haus standet, habe ich schon mal nicht. Ach, auf den... Ach so, okay, okay. Ich höre dir halt nicht zu. Ja, Mann, ja. Vorsicht! Boah! Ich habe es gesehen, aber er kommt nicht durch. Was schreit denn jetzt? Er ist wütend. Soll ich vielleicht noch mal sterben? Nö, versuch mal erstmal noch was rauszufinden. Ich weiß ja nicht, was wir da machen müssen. Und wenn du dabei stirbst, dann stirbst du. Und wenn nicht, dann... ...komme ich gleich wieder rein. Ich glaube, wenn ich neu starte, starte ich nämlich da wieder neu, wo wir immer spawnen. Sterben. Hm? Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Naja, wenn ich neu starte, starten wir bestimmt wieder, wo wir immer neu starten. Ich sehe ihn gerade nicht. Das ist spannender, als selbst zu spielen. Oh, links. Nein. Ich sehe ihn nicht. Ich kann da auch nicht ganz um die Ecke gucken. Da ist er. Nein, da ist er nicht. Da ist er. Da hinten. Stimmt, da geht er. Er geht aber in die andere Richtung. Er hat dich nicht gesehen. Aber die Ecke ist eine Sackgasse. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich habe mich richtig erschockt. Hast du gesehen, wie man stört? Ja. Oh, schau mal, wo wir sind. Ja, nice. Erste Etage wieder. Wir müssen zweite. Nee, wer sind denn der zweiten? Ja, der erste. Voll geliefert. Also, nicht vertrauen. Ich vertraue niemandem. Ja. Um Türen zu schließen, Lern. Das schnellst du mal. Stell das mal kurz um. Ja, ich drück auch die ganze Zeit E. Ich mach das auch mal. Deswegen, weil ich das große Kämme, das ja auch E gemacht. Ja. Wenn wir uns sehen, dann zeigt immer, ich drück kurz C, dass sie das was hat, dass du das bist. Okay, ich mach immer Taschenlampe. Wir haben noch die Taschenlampe. Ich glaub, die hat er nicht. Ja, ich hab keinen mehr. Haben wir gestorben? Aber. Okay, es geht mit E, aber die Einflösen... Ey, der Monster, oder? Aber holst du mich? Nein. Ich bin im Raum. Okay, gut. Das ist der fucking Monster. Der Rippe ist jetzt der E. Nein. Ich trink schon hier rein. Ich trink erst mal ein Mandelwasser. Bei mir ist er nicht. Doch, er kommt. Er ist bei mir. Er steht vor der Tür. Arschloch! Du kommst hier nicht rein! Zu dumm, eine Tür aufzumachen! Ach. Hallo! Alter, der schlägt eigentlich gut. Jetzt ist auch keine Gestalt mehr gut. Da hinten ist er. Na noch, soll er drauf leuchten? Ich leuchte ihm auf dem Orsch. Er leuchtet mir runter. Alter. Das ist eigentlich jetzt unsere Mission. Ich leuchte ihn jetzt am Orsch. Ja, das würde ich halt auch gern mal wissen. Oh, komm mal rein. Ich hab sie. Wo? Ich hab's noch nicht angeguckt. Ja, ich hab den Schlüssel gesehen. Och, ich hab den Schlüssel. Das war, müssen wir noch mal in den anderen Schacht rein. Da war ein Schlüssel. Ich wusste nicht, wo wir. Wieso können wir nicht beide zusammen jetzt hier drücken? So, nee. Hier. Da muss man es hier reinziehen. Und jetzt drücken. Warte. So. Warte, warte, warte. Hast du? Schon gemacht. Hier sind auch noch welche. Okay, da fehlen noch Schlüssel. Ich bin noch zwei gesucht. Ach du Scheiße. Ich hab einen schwarzen Brunnen. Oder was war das? Nein, die sind nicht in dem Raum. Sir? Er ist da hinten. Draußen? Ja. Alter, Alex! Oh, ist der Lauf gesperrt. Ich wollte mal gucken, ob du das merkst. Ach so. Ist der denn? Alter. Du hast echt fast getötet. Bist du da? War das hier schon Level 3? Ne, Level 2. Ja. Ich bin mir sicher. Füße, 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 Füße. Hier ist ein Schlüssel. Das ist es. Let's go. Ich komm mir voll nutzlos vor. Das hab ich. Ja, wir brauchen jetzt noch einen. Du das? Das bin ich. Stehst du da in der Tür? Ich gucke aus dem Fenster, aber ich sehe ihn nicht. Bei mir ist er nicht. Ich gucke aus dem Fenster. Ich geh mal zu dir. Mach mal die Tür auf. Ich gucke aus dem Fenster. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Ja. Ich mach das. Ich geh jetzt weiter. Okay, jetzt rennt er einfach vor, der Elias. Hier war ich noch klar. Alter, Spiele. Da ist das Schlüssel. Der ist im Wasser. Geh zu. Geh doch zu. Der Schösser. Der Schösser. Der Schösser. Du darfst nicht rennen, du musst erst mal gehen, langsam. Wo ist er denn? Weiß ich nicht, wo er war. Hast du den Schlüssel oder der Typ? Der Typ? Ich weiß. Aber ich geh nicht auf den Fenster. Ja, ich sehe ihn. Ich bin bei der Tür. Hast du den Schlüssel? Aber ich geh nicht auf den Schlüssel. Ja. Ja, hab ich den auch gesagt. Hast du alle vier? Ja. Aber wir haben alle steht uns. Das hast du mir gar nicht gesagt. Nee, hab ich das erst gesagt. Wo bist du denn jetzt? In dem Raum drinne. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich hab das nicht gesehen und nicht gehört. Wo bist du denn? Gerade in dem Raum mit den Schlüssel. Ja, aber wo ist der? Ich komm nochmal raus, okay? Ich bin draußen. Nee, ich.